Als Movember 2012 endlich nach Deutschland kam und Dan bei uns im Laden vorbeischaut, ob wir nicht vielleicht ein bisschen Geld sammeln wollen für die Bewegung, haben wir natürlich gesagt, sofort, wir sind dabei. Und dieses Jahr dachten wir uns nur Geld sammeln, nur Teamwillen, nur Schnurrbart wachsen lassen. Nicht genug. Wir bauen ein Fahrrad für Movember. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017